Willkommen zurück. Ja, mein Damm des Gelben Meeres wär fast, äh, zerbrochen. Ich muss das mal erneuern, beziehungsweise ein bisschen wasser lassen. Saw, wäh Literally... GTFO. Wo ist der? Ach, da bist du. Jetzt sie mich verarschen! Der hat die Chest kaputt gemacht. Jetzt ist der ganze Surprise-Effekt weg. Puh. Komm her, komm her, komm her, komm her. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Äpfel. That's it. Bam. Mobswarner. That's not good. That's not good. So. Glück ab. Ähm. Lol. Moment mal. Warum sind da Äpfel? Okay, das ist strange. Hey, danke. Ähm. Ja, Zeit runter zu gehen. So. Alles voll. Fuck off. Leitern brauche ich nicht. Spinnen wem brauche ich nicht. Eine Tür brauche ich nicht. Äh, jetzt taue ich mal aus und schmeiß es weg. Eine Tür brauche ich nicht. Äh, warte, ist die gleiche Tür? Ah, oder? Ja. Glas. What the fuck? Ich brauche kein Glas. Das verarbeite ich mal kurz hier. Hier. Brav. So. Weg damit. Ähm. Sonst brauche ich alles. Genau. Lava, komm mit. Tatsächlich. Das waren die zwei Chests, oder? Jo, das waren die zwei Chests. Habe ich hier nicht gerade irgendwo die Service-Leader gesehen? Service-Leader, where are you? Mach mir keine Angst. Service-Leader. Hallo? Hey. Puh. Puh. Na, warte. So. Unsere Sicherheit. Plack, plack. Hehe. Was ist denn denn, Ju? So. Gehe ich jetzt da runter und riskiere mein Leben? Ja. Ich muss mir gleich mal eine neue Rüstung machen. Ansonsten verrecke ich hier. What the fuck? Jetzt habe ich gerade... Hä? Na, egal. Okay. Okay. So. Okay, das sind komische Äpfel. Die stacken sich total strange. Bam. Hätte ich wissen müssen. Ich muss einfach aufpassen. Ist das oberhalb von mir? I don't know. Aber... Who cares? Service-Leader. Gotcha. Und wie war das geklärt? Oh, fuck. Willst du mich ver... Ach, du Scheiße. Das ist zugleich beängstigend und zugleich... ...extrem spannend. Geil, ey. Aber ich weiß ganz genau, dass sie in der Nähe Gegner sind. Irgendwo muss Gegner sein. Fuckin. Die waren schon da. Awesome. Awesome shit. Awesome shit right there. Sand. Puh, was ist das für ein Trollsand? Fuck off. Okay, scheint nichts zu sein. Ich versuche mal jetzt, die Service-Leader zu finden. Warte mal. Ich hab's doch gewusst, dass da irgendwas ist. Lol. Awesome weapons, awesome. Na kommt, na kommt. Wow. Wow, 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 wow. Ist das dein... Uhu. Awesome shit is awesome. Okay, da könnte jetzt sein, dass ich ein paar Chests verbrrrr. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich da entkommen soll. Vor allem, weil es hier leckt, wie Sau. Aber ich hab schon die Idee, ich laufe draußen rum. Sorry für den Screen-Lag, aber... Ich muss hier abhauen. Seriously. Ich könnte mich jetzt runterbauen. Moment mal. Da unten ist ein Raum, okay. Wie mach ich das jetzt? Da, so mach ich's. Ich schütze mich hier. Exakt. So. Ich hab ne gute Idee. Ich warte einfach mal, bis das abgelaufen ist und schneid den Rest raus. Okay. Äh, wie ihr sehen könnt, ist das ein Desaster, aber... Flying Chest. Ja, ich weiß, vorher ist die nicht geflogen. Ähm, ja. Und bevor wir weitergehen, weiß ich ganz genau, dass ich, äh, etwas tun muss. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr Flying Chests sind. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Nur zur Info, Moment. Die müsste hier irgendwo sein. Die Service-Ladder. Da ist sie doch. Ah, da hat er noch ne Chest. Oh, Bookshelves. Fuck off. Nun ja. Ja, ich baue mir jetzt erstmal ne Toolbox. Bevor ich das tue, schmeiß ich erstmal Sachen, die ich nicht brauche hier. Genau, rein. Zack. Tschüss, Stein. Tschüss, Stein. Tschüss, Clay. Den brauche ich nicht. Äh. Die Toolbox behalte ich. So. Hm, warte mal. Äh, acht Blöcke. Ach so, stimmt ja. Ja, ich brauche ja... Ah, ja, okay. Alles klar. Ich brauche... Ich wollte mir eigentlich einen goldenen Apfel machen, aber dafür habe ich wenigstens ein bisschen... Ich glaube, 90 Gold zu wenig. Etwa. Ne, 8 Gold zu wenig. Ja. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Auf jeden Fall, was ich machen wollte, ist eine neue Rüstung. Da brauche ich, ja, so ziemlich alles, außer eine Hose. Scheiß Greenleck. Nur wegen dem Feuer. Exactly. Und jetzt noch ein Helm. Exactly. So. This. Puh. Logic fails. So. Das war's. Weg mit dem Zeug. Genau. So. Und die Toolbox nehme ich mit. Just for sure. Sure. Nicht sure. Journey goes on. Oh, Obsidian und... Oh, ich glaube, ich bin unten angekommen. So, wie es aussieht. Sterb. Sterb. What the fuck? Was war das denn? Tarsan-Creeper. 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 Nein. Der Creeper war einfach doof. Die Chests, die tue ich gleich mal rauben. Äh, ich muss jetzt mal alles beleuchten und die Creeper killen. Weil ansonsten passiert gleich nochmal dasselbe wie eben. Where are you? Where are you? Fuck off. Fuck. Au. Puh. Okay. Nö, ey. Ich hab nicht genug Platz. Oh, doch. Hab ich gut. Glück gehabt. Hm, da sind noch mehr Chests. Fuck off. Na gut. Ja. Das da. Wie mach ich das jetzt? Ach, ich hab ne gute Idee. Müllchest. Das brauch ich nicht, das brauch ich nicht. Federn, brauch ich die? Nein. Das da brauch ich nicht. Ja. Das Fleisch essig. Kann ich sowieso nicht machen. Ich setz die Toolbox. Genau. So. Jetzt mach ich schön Blöcke. Kann ich mal schön aufteilen und so. So. Nein. Sorry, ich bin Mathe-Genie. Packe ich das noch? Packe ich das noch? Ja, das geht sogar noch. Ja, genau. So. So. Reicht genau für 20 Blöcke. Was heißt? Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Epic win. Ein Apfel. Zwei Apfel. Zwei Äpfel. Das lass ich drin. Nein, 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 nein. Da hin. So. Fuck off. Habe ich gerade einen Apfel gegessen? Äh. Ich hasse das. Ich hasse das. Naja, gut. So. Fuck off, ey. So. Der Rest kommt da rein. Ach. Puh. Den Apfel was da reintun. So. Meine. Da rauf. So. Da sind zwei Eimer. Die nehme ich mal mit. Den dritten Eimer nehme ich nicht mit. Du bist von Gott besessen. Äh, von Satan. Du auch. Fuck off. Geh weg. Schnell. Nein. Das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Dass da noch mehr Creeper kommen. Geh weg. Obwohl. Explodier. Komm. Explodier. Obwohl doch nicht. So. Zack. 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 Jetzt müsste der nichts mehr spawnen. Bäh. So. Zack. Zack. Ich komme gar nicht mehr zurecht. Ich bin glaube ich mal voll aus dem Ruder geraten. Das waren die ganzen Chests von mir und so. Toolbox kann da liegen bleiben. Brennt da immer noch überall alles? Ich höre das immer noch. Nein. Skeletten. Ich habe keine Zeit für dich. Ja. Ich glaube das war es. Ich muss noch den Stein setzen, weil er nervt. Oh wow. Ja. So, müsste gehen. Puh! Äh! Gold, ja. Kohle, nein. Eisen, ja. Das ist doch zum Kotzen. Wo ist der scheiß Skeletten? Und da ist er. Jetzt brauche ich nur ein Schwert. Eins, zwei, aua, aua, drei. So, Apfel, thank you. So, weiter geht's. Zwei neue Rüstungsteile. Kommt mir ganz gelegen. Boah. Da ist ja noch einer. Aua. Creeper im Überhaufen. So, eins, zwei. Die kann mir. Keine Chess, die brauche ich nicht. So, neuer Helm. Neue Chessplate. Obwohl, die könnte ich mitnehmen, zur Sicherheit. Falls mir das ausgeht und ich keine neuen finde. Die Schaufel kann ich einmal wegschmeißen. Weil offensichtlich habe ich hier keine gebraucht. Was ist das denn? Okay, hier ist überall Admin, aber es ist immer noch nicht auf dem Boden. Das verstehe ich nicht. Ich habe wenigstens gehofft, dass hier irgendwann mal zu Ende ist. Schließlich haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Oh lol. Oh lol. Ne, danke. Das ist doch mal was, doch was Gutes. Und noch ein Helm. Tauscht für den aus. Ziemlich viele Helme. Wie soll ich die alle verbrauchen? So, ab zurück zu dem Loch, das entstanden ist, als die Creeper explodiert sind. Loch. Ah da. Aua. Aber kann ich verkraften. Ich habe immer noch meine Äpfel. Creeper. Zwei, drei. Einer. Eins, zwei, drei. Einer. Fünf Grilled Pork. Oh jei, das ist gut, das ist gut. Einmal Kohle, 13 Eisen. Das ist ja ein richtiger Feldzug hier. Jetzt wird es interessant, jetzt wird es interessant. Hi Creeper. You wanna die? Yeah. Fuck off. Eins. Eins, zwei und boom. Eins, zwei, drei. Fuck off. Lol. Team Attack. Und schön Musik. Die passend zur Atmosphäre gerade ist. Muss das sein, sorry. Jetzt will ich nicht mehr kämpfen. Jetzt will ich nur hier stehen bleiben und gucken, wie die Creeper sterben. Nein. Wie schön die Atmosphäre ist. Oh, hätte ich nie in die Lava gestoßen. Oh, mit dem Leck kann ich überhaupt nicht rüber. So. Da kommst du also her. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt tun soll. Weil To Heaven. Wisst ihr was? Ich forsche einfach mal nach. Und dann sage ich euch beim nächsten Set einfach mal, was das bedeutet hat. Wir stoppen hier jetzt mal unsere Aufnahme. Lava-Sea angucken. Und Bis dann, Jungs. 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 Vielen Dank.